Das Beste hinter sich, Boxenkammer. Rechtsauslage bei Minas, kommt aus Split in Kroatien. Sauer aus Pilsen 1,98, Minas 1,94. Minas sieht zumindest gut trainiert aus und hat also was gemacht. So, noch ein bisschen die erste Schnupperrunde. Ich habe immer die Frage beim Sauer, wie lange das geht, wie lange die Kraft hat, dagegen zu halten. Also der Kampf ist mal eine Klasse besser, als wir es noch eben gesehen haben. Das kann man schon mal sagen. Schön, die rechte, oh, der wackelt auch. Da hat er stehen lassen. Okay. Kurz abgezogen, es geht auch runter. Obwohl er einen Schritt zurück gemacht hat, der Minas. Sauer kommt da langsam auf die Beine, noch 20 Sekunden. Ja, klar, mache ich weiter. Jetzt versuchen wir, sich noch über diese Runde dahin weg zu juffeln, mehr oder weniger. Wenn der Minas will. Also war doch schon mal gut gezeigt von Peter, Peter Milas, wo es mit ihm günstig lang gehen wird und wo er lang will. Er machte ja so richtig auf sich aufmerksam, also im Grußgericht André Pesic krach und K.O. schlug. Und nur vier kamen über die Runden gegen ihn, völlig überraschend. Dann Toli Pesic und Tobi Bülic, einen Sieg, zwölf Niederlagen. Dann Landsmann aus Split, Arthur Jan Janic und Francesco Pianeta. 2008 das beste jahr von mir da war es auf dem weg nach vorne siege über kevin johnson francesco pioneta mit der meisterschaft danach besiegt ja noch dennis backdorf und dann 2020 begann die torstrecke introvertierte typ freundlich sagt aber kein wort zu viele der sauer probiert es noch mal da muss man aufpassen ob er nicht wieder dann konnte marschiert er zieht seine freustel sehr schnell durch peter milas kommt und das war es denke ich genau dort zählt ihn an und schaut ihn jetzt noch mal von unten nach oben in die augen wir haben auch noch mal so können wir ja jetzt ist es gleich vorbei sage ich mal da muss natürlich nicht ganz wirklich rausgehen der peter mit angezogene handbremse aber er redet doch schon wieder an die alten zeiten und jetzt ist es aber passiert da liegt er jetzt mit seinen 1 97 er nickt wahrscheinlich wieder und sagt ich mach nochmal weiter naja macht ja spaß jetzt kommt gleich die rechte kann ich mir vorstellen und jetzt machen wir mal ganz schnell schluss wiederkommen jawohl kampf ist vorbei immerhin zur zweiten runde hat es geschafft der pappelsauer profi seit 2016 erste niederlage auch gegen einen kraten gegen den olympia dritten von rio vini brokowitsch dann 2017 immerhin tschechische meister gegen wakla pesa zwei titelverteidigungen im rückkampf gegen pesa und nochmal gegen thomas selek das war eine überraschung gegen gewonnen hat und 2022 waren wir aktiv sieben kämpfe niederlagen unter anderem gegen den starken ukraine olexander sarkozy in karlsruhe in magdeburg gegen agit cabarell da macht er in rund eins im abflug und zuletzt vorzeitige schnappe gegen den aufstreben sie haben salil hasanowitsch auch ein interessanter mann der hasanowitsch guckst nächstes wochenende in den fangensee also man trifft die burschen immer wieder und peter milas den muss man jetzt beobachten also wie er es heute gemacht hat mit der ruhe mit der ziegstrebigkeit und mit den guten genauen treffern meine damen herren noch mal großen applaus für beide kämpfer so und jetzt ist auch die ganze führungsspitze davon fiete sports gmbh im ring die mani hat ihn rasche und frank richter als vierter käme noch carsten vollkamp dazu aber der ist in magdeburg geblieben also die haben einiges vor sie wollen aus boxveranstaltungen event veranstaltungen machen sie wollen das box noch eine andere ebene ebene heben mal gucken ob es funktioniert und die kämpfe haben sie allemal und jeder jede burschen die versucht das boxen auf ein höheres level zu heben in deutschland muss man begrüßen so so Vielen Dank.